herzlich willkommen zu einem neuen so rare talk hier bei so rare together und heute habe ich einen speziellen gast bei mir und zwar den snappy tiger der ein oder anderen werden den kennen der große u23 kartenguru und ja fangen wir direkt an und stell dich mal vor hallo zusammen ich bin der snappy tiger wie gesagt vielleicht wenn mich einige kennen vielleicht doch nicht wer weiß erst mal vielen dank für die einladung natürlich zu dem tag freut mich sehr dass ich dabei sein darf u23 guru ist sehr nett aber am ende bin ich auch nur einer von ganz vielen aber natürlich mit hauptaugenmerk u23 also ich schaue dass ich viel auf die u23 talente gehe und eben da vielleicht die besten oder auch ein paar geheimtipps raussuche ja erzähl mal wie bist du zu zorea gekommen wie ist deine geschichte generell vor anderthalb jahren grob da hat dann ein freund zu mir gesagt du spielst gern fifa du bist generell fußball affin habe sehr sehr lange im verein gespielt und dann hat er gesagt ja schau dir doch mal so rare an krypto nft mit fußballspielern real life mäßig und ich habe das angeschaut habe mich angemeldet habe ein paar common cotton gespielt für zwei drei wochen und war eigentlich dann gefangen sagen wir so ganz schnell es war danach vorbei ja deine strategie ist halt hauptsächlich auf u23 zu gehen und vielleicht die frage wieso so extrem auf u23 wir gucken gleich deine gallery an also ich habe mir da rausgeschrieben dort 66 von 87 karten also eigentlich fast der großteil sind u23 karten und bei rare sind es auch immer fünf von elf und der rest sind ja ein paar reports deswegen da bist du eher gezwungen worden dass du keine u23 karten das wieso u23 und so extrem halt also nicht irgendwie dass ein 25 jähriger dabei ist sondern immer der u23 button drauf gute frage das liegt auch an dem freund der mir das damals gezeigt hat mehr oder weniger weil der hat dann zu mir gesagt das ist eine langfristige investitionsmöglichkeit wie bei einem etf oder bei aktien und so sehe ich das eigentlich also ich kaufe mir die jungen spieler bei denen ich sage die könnten groß rauskommen und spiel dann einfach fünf jahre mit denen und wenn die das dann schaffen dann ist es für mich super weil ich viele rewards gewinne die im preis steigen oder einfach den verein wechseln oder so und je jünger die dann sind desto mehr habe ich davon am ende und ja wenn dann rewards dabei sind die 27 28 sind auch in ordnung aber für mich ist einfach das talente finden und dann die ganze karriere begleiten wahnsinnig spannend also du willst die karten auch langfristig halten oder überlegst du auch immer wieder so ein bisschen so zu traden oder halt wirklich wo du dann sagst echt jetzt wenn jetzt bellingham hast du in einer gallery das ist jetzt so ein heißer kandidat wo man sich schon echt überlegen kann man kann die karten ja auch günstiger ja wieder nachkaufen wenn die dann mal irgendwann verletzt sich immer ein spieler gerade bei so einem jungen spieler doch 10 15 jahre vor sich und da wird er immer mal verletzt sein und jetzt ein bellingham ist ist ein kandidat weil immer wieder ein paar fragen lohnt sich da jetzt ein verkauf überlegst du überhaupt oder sagst du never ich habe ja sogar den golden boy mittlerweile also früher hatte ich den normalen die alte karte von 20 22 dann habe ich mir den golden boy geholt weil ich eben auch dortmund fan bin und das die karte davon war aber eigentlich überlege ich bei solchen spielern gar nicht so wirklich ob ich den verkaufe klar könnte ich damit viel geld wieder reinholen und dann vielleicht andere karten kaufen aber irgendwie fällt es mir dann schwer mich zu trennen teilweise einfach weil ich eine verbindung zu den spielern aufbauen weißt du was ich meine also so eine einfach ja verbindung ja jetzt sehe ich gerade du hast auch ein cremaski und benjamin cremaski gerade jetzt von tag gekauft ich muss lustigerweise zugeben ich habe den jetzt auch vor zwei drei tagen da wo das miami spiel war wo diese diese kombination hatten gemeinsam er und messi oder alba schon jordi alba so aufgelegt hatte wenn du das tor gesehen hast da habe ich überlegt soll ich den holen den hast du dir geholt weil eben auch viel potenzial siehst oder was vom grund hast du mit dem gehabt also ich habe jetzt einige noch eingekauft generell einfach um mich breiter aufzustellen also ich hatte zwar viele top spieler aber durch die rewards halt welche wo ich sage eigentlich was mache ich mit dem teilweise also auch gute spieler natürlich aber manchmal wusste ich nicht richtig brauche ich den jetzt oder brauche ich den nicht und deswegen habe ich jetzt mal geschaut wen könnte ich mir noch holen für die breite aber auch mit potenzial für die zukunft und da sieht man eben schon die sind teilweise recht jung also eigentlich keiner über 23 und mindestens alle bis 20 25 in u23 einsetzbar das ist mir immer wichtig übrigens dass ich eben schaue dass ich es nur nicht nur für eine saison hole sondern vielleicht für zwei drei teilweise fünf je nachdem ja niklas hedel ist auf jeden fall interessanter kandidat da hast du schon der wird ja auch langfristig also top drei keeper im israelischen national thema so sehe ich gerade ne aber das ist ja sonst schaue ich eigentlich immer ob die stammspieler sind natürlich auch die punkte logischerweise eben ob sie stamm spielen ob sie vielleicht wechseln also hintergrundchecks und ansonsten so ein bisschen nachgefühl zum beispiel bei cremaschi ist ja okay der spielt jetzt mit messi zusammen busquets alba von dem her wird der wahrscheinlich gut punkten und der ist aktuell 18 oder 17 also eigentlich wenn die jetzt noch zwei drei jahre zusammenspielen wird der mir sicher einige rewards holen denke ich mir mal vielleicht auch nicht ja vor allem du hast jetzt auch nicht immer nur die superstars da ist einfach ein dirk proper sehe ich zum beispiel gut balikwischer kann man sicher wenn man ein paar antwerpen spiele geguckt hat vielleicht noch denken sonst denn ja so ein bisschen mixtiano ballo gut ein bisschen vorteil aber schon mit der österreichischen liga dass man so ein bisschen auskennen der wird viel spielzeit kriegen zum beispiel bei wolfsberg also der trainer ist ein riesen fan von ihm ja so wie ich das mitgekriegt habe guckst du auch wie die spieler spielen liest du dir interviews durch man so so talente gerade so ein erwin omich auf den muss man auch mal irgendwie kommen also wolfsberg ist jetzt nicht unbedingt für jeden irgendwie ein team wo man sagt ach samstag sonntag österreichische bundesliga deutsche bundesliga ist auch bei ja gucken wir mal wolfsberg spiel an und gucken nach talenten ja also vom fußball gucken her schaue ich also die top spiele wenn jetzt zum beispiel meine top spieler in der u23 aufgestellt sind schaue ich die ganzen spiele immer mls schaue ich jedes wochenende in der nacht also gibt eigentlich keines wo ich dann aussetze aber jedem spieler schaue ich jetzt nicht zu muss ich auch sagen also das ist einfach nicht möglich da schaue ich dann eher auf die punkte auf die einsatzzeiten wie oft er ausgewechselt wird all around scores und so weiter also er dann auf diese statistiken weniger aufs spiel aber wenn ich den dann zugucken beim spielen dann überlege ich schon okay war das jetzt ein guter kauf oder nicht also es gibt dann schon manchmal kandidaten wo ich sage okay den könnte ich vielleicht wieder verkaufen ja gut die highlights kann man sich immer schnell mal angucken klar man kriegt da nicht so viel raus wie auf 90 minuten noch besser ist natürlich live gucken im stadion bist da siehst du ja ganz andere sachen also ersten karten gekauft dass ich bat van rooy kann das sein ja 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 ist eine meiner allerersten karten die ich mir gekauft habe ich hatte damals keine ahnung muss ich ehrlich sagen ich habe halt gedacht okay ich kaufe mir einfach mal ein paar junge spieler und vielleicht entwickeln die sich und fertig also ich habe mich null ausgekannt damals und habe mich aber in denen irgendwie verguckt ich bin fan von dem geworden und ich habe den um 35 euro gekauft der ist auf zwei euro mittlerweile ja kein an wie behalte ich für immer das ist so meine erste karte die ich gekauft habe die behalte ich für immer habe ich mir gedacht fabian ganz schwieriger kandidat schlechteste einkauf aller zeiten wahrscheinlich ich hatte niklas hedel schon mal und da war die frage ob er im tor steht oder gardler und dann hat hedel den habe ich mir geholt habe eben gegambelt und habe es geschafft und der war dann im tor und dann hatte ich von neymere also wo fahren reu spielt den torwart das war der branderhorst ist ja kennst du vielleicht auch von namen der ist ja auch in der versenkung verschwunden ganz genau und den hatte ich damals schon und der war auch auf einem ganz guten preis und dachte ich okay scheiße jetzt wird der wahrscheinlich silisten kommt zurück war damals das gerücht wusste ich okay der wird niemals spielen dann habe ich den verkauft und dachte gut bei hedel hatte ich jetzt so ein gutes händchen dann kaufe ich mir jetzt den kaiser und der wird auch wieder den stammplatz bekommen ja gut der hat bis heute nicht den stammplatz bekommen also der ist gewechselt am ende oder immer noch keinen stammplatz der tut richtig weh der tut richtig weh gut aber das ist halt der vorteil wenn die so extrem jung sind du weißt ja nie was passiert dann steigt irgendwie ein team aus was sind jetzt aufgestiegen irgend so ein amsterdam team wo jetzt der sachin radlinger hingewechselt ist und dann landet da irgendwie über umwegen bei so einem aufstiegskandidaten gut der wird dann die hütte vollkriegen aber dann ist er wieder wenigstens spielbar als nummer eins deswegen bei so jungen spielen hast du noch zehn jahre zeit oder mehr dass da irgendwas kreatives passiert wie dieser martin paes bei bei tellers ja auch aus holland gewechselt und ist ja so gefühlt einer der starkeeper in dem ls natürlich brauchst du halt viel viel glück aber da hast du noch zeit das zurückzukriegen wenn ich jetzt martin van der wort hat die jetzt zwar 316 euro gekostet dem wirst du wahrscheinlich bis in sein karriere ende halten schätze ich mal wahrscheinlich ja also aufs maximallevel drauf bringen der hat mir schon sehr viele rewards auch gebracht mit dem bin ich zufrieden der wechsel ja dann zu leipzig und das wusste ich damals schon deswegen weiß ich nicht ist es so habe ich dann leipzig torhüter da weiß ich nicht warum den verkaufen soll ja genau ja auch hier 118 euro ist nicht mal so schlimm der ist ja auch bei 60 euro gewesen euch noch im sommer aus sich gesehen habe gar wie also da sind schon einige kaliber dabei und aber auch ein paar exoten sowie edelmann auf den muss man auch mal kommen weil da muss man schon ein bisschen tiefer drin sein vor allem der war zu dem zeit glaube ich 18 und war ja auch glaube ich nur rotationsspieler oder so ich habe dann vor der saison schon überlegt wen hole ich mir wer könnte stammspieler werden und bei dem hat es funktioniert bei taiwan great zum beispiel auch also chris brady da habe ich viele geholt oder einfach so ein glückliches händchen gehabt in der mls dass ich viele geholt habe die dann auch stammspieler wurden diese saison und das war einfach dann glück mit natürlich ja vor allem du hast auch nicht so die strategie geht ja auch in dem sinne auf das ist ja schon ziemlich früh rewards gewonnen guten kai den pierre ist nix weltbewegungs aber hier ein john pulskamp auch ein junger keeper der irgendwann mal in der mls vielleicht sogar nummer eins werden kann vielleicht sogar auch bei kansas weiß man ja noch nicht leicht ja war ja schon am anfang der saison für zwei drei spiele im tor und dann leider nicht mehr aber ja die haben ja allgemein so ein torhüter dilemma muttern aber hier die rewards sind ja viele nicht so schlecht dabei natürlich ich habe auch schon viele verkauft muss ich auch sagen also es waren schon einige ich dann aussertet habe jörgeres war auf 100 euro mittlerweile zeitweise johann baka joko wie man gerade sieht also das sind richtig coole rewards und über die freue ich mich natürlich dann doppelt weil es einfach cool ist ich kann die jungs jetzt auch zehn jahre einsetzen und das ist ja auch teil der strategie rewards zu gewinnen die dann wieder zehn jahre oder so für mich eingesetzt werden können ryan porto zum beispiel auch ein starker innenverteidiger schotte ja das sind schon auch ein geiler reward was ich sehe davis gekauft tiago almada also vor sieben monaten da hast du auch viel freude in dieser saison gehabt ein freistos tor nach dem anderen und eins schöner als das andere es ist einfach wenn man denkt okay den habe ich jetzt da gefunden und das funktioniert zum beispiel jonas urwig 21 euro eingekauft ist mittlerweile glaube ich auf dem doppelten oder so mega also super deal und der spielt jetzt auch noch von anfang an also das ist für mich immer schönste eigentlich ja vor allem hast du ja relativ günstig eingekauft und auch jürgensen sehe ich für 16 euro momentan ja stammgiefer bei willeral auch wenn die die ganze zeit gemunkelt haben dass dieser livakowitsch oder sowas holen am ende haben sie irgendwie niemanden gekriegt und jetzt ist er anscheinend die nummer eins ja bisschen glück brauchst halt auch bei den ganzen transfer deals die monaten ablaufen aber auf lange sicht habe ich auch gelesen jürgensen wird zu der kommende nummer eins keeper dänemarks werden wenn dann in rente gehen anscheinend in den dänischen also bei den dänischen news seiten nicht immer durchblättere feiern die den als ja kommende nummer eins schmeichel ist ja 36 grönauf ist ja auch nicht immer mehr so der jüngste 29 oder sowas in den dreh ja der hat noch ein paar jahre anderes thema einzigen karten die nicht u23 sind abgesehen von rewards bvb weil ich bvb-fan bin kurz gesagt wie schlimm war die letzte der letzte spieltag die letzten drei spieltag der letzte war wahrscheinlich der schlimmste das war der schlimmste mit abstand der erste ging noch gegen köln war dann okay zum glück noch ein sieg der zweite war dann schon kritisch aber dann zu hause der letzte spieltag unentschieden ist ganz traurig ja tut weh ich habe auch mal kurz überlegt sollte ich sie verkaufen aber dann dachte mir nö warum ich bin ja fan also die verkaufe ich nicht aber natürlich ist man dann schon ein bisschen traurig man ärgert sich dann erstens weil das eigene team natürlich nicht gewinnt und dann zweitens noch weil sie nicht gut punkten ich meine jeder stuttgart fan wird wahrscheinlich garz im siebten himmel schweben ja dann die andere seite ja das ist zweimal fünf zu null ich habe da auf twitter gesehen da wenn die dann posten was wir teilweise für punkte zahlen die jetzt erreichen mit stuttgart wenn du so ein team stack stellst natürlich was feines ich bin ja einer ich habe ich bin jetzt nicht so einer der team stack stellt wenn nur just for fun barcelona mit einem eins zu null kommst du halt nicht weit da muss ja irgendwann ein tor machen insgesamt 14 karten von dort und ich sehe preislich hast du die ja gar nicht so schlecht erwischt selbst ein kobel für 70 euro also die teuerste karte war eigentlich bellingham und adejemi schlotterbeck ist auch relativ teuer weggegangen ja der ist auch relativ teuer für sechs euro brand ist auch okay im rechand der hat sich gleich im preis mehr wie verdoppelt halea ist stark runtergegangen auf die hälfte fast durch ja wegen des füllkruch transferen trotzdem zum vergleich zu den ersten karten was wir da immer alle gekauft haben ist das alles noch im rahmen natürlich eine teure andere mehr und bellingham der ist ja jetzt glaube ich bei preislich bei knappe 300 ne ja und ich habe den 200 gekauft also alles special karte und da kriegst du wahrscheinlich noch mal ein ticken mehr ne genau und ich habe meinen alten den ich hatte um 275 gekauft also theoretisch 75 euro plus gemacht theoretisch oder 60 ungefähr nach den steuern sonst dortmund werde ich mir vielleicht auch noch den ein oder anderen holen einfach für die vier prozent dass ich die schaffe aber sonst bin ich da eigentlich mit den start formation spielern fast durch würde ich sagen wenn sie bei ihnen halt aber das nicht für die sammlung relevant da weiß ich noch nicht ob ich das mit mir selbst vereinbaren kann aber sonst es gibt ja noch den einen oder anderen den ich noch holen will wo koko zum beispiel oder tom rot hast du vielleicht gehört der in der zweiten liga gerade richtig gut drauf ist das sind so die die ich gerade so ein bisschen vielleicht noch im kopf habe ja gut bei den serien kannst du ein paar ergänzungsspieler nehmen wo du sagst ja gibt ja leute die haben ja die gallery komplett voll also diese ganze collection links in die 26 karten pro saison aus 26 oder sind die unterschiedlich da sind teilweise spieler dabei dritter ersatzteuter und so und die kosten ja auch nicht viel also marius wolf vier euro zum beispiel das ist ja eigentlich wenn wir uns ehrlich sind ein threshold und du hast den wieder raus theoretisch und der einzige der vom alter ist glaube ich nur reuss und hummels hast du da eigentlich überlegt die einmal zu verkaufen mein hummels hat immer wieder gute phasen aber preislich an wie soll ich sagen also ich glaube mal habe ich den für 15 euro verkauft was ja für ein 33 34 jahren okay ist oder willst du die bis zum karriereende halten so reuss und hummels ich habe die erboten und deswegen kriege ich mehr punkte drauf für die collection deswegen werde ich wahrscheinlich behalten aber natürlich auch schon überlegt ich bin halt gefangen ja wenn ich wenn ich ein paar verkaufe dann ist alles verloren so mehr oder weniger aber was ich mir da auch dachte wenn die mal vereine wechseln und dann nicht mehr im gleichen verein spielen ja dann bringt die collection auch nicht mehr so viel weil wenn ich den stack dann nicht zusammen aufstelle ja die zwei prozent mehr oder weniger bei dem ein oder anderen ist dann vielleicht nicht mehr so ausschlaggebend weiß ich nicht mich kannst du mit dem collection bonus ja nicht wirklich großartig beeindrucken weil ich sag da immer so die ich habe das heute noch irgendwo gesehen da habe ich mir eine zweite karte von irgendeinem nulacht für sandhausen oder so was der ist zufällig bei sandhausen und ist die zweite karte und ich war ohne dass ich irgendwas gemacht habe schon auf zwei prozent mit zwei karten dann der nächste sprung die haben das ja schlau gemacht dass das auf drei prozent geht und dann bis vier prozent brauchst du schon ewig und fünf prozent da musst du ja schon echt krasse karten haben also deswegen und wenn du es hoch rechnen ist jetzt der eine prozent ist 300 punkte machst sind das drei punkte auf fünf karten wenn du teamstack spielst genau also die drei punkte jetzt das leben verändern dass du irgendwie aufpreis zahlst für mich trikot nummern oder number one karten et cetera also nicht also oder eine volle collection dass du da irgendwelche random spieler holst die vielleicht ja gar nicht mehr gecoverten liegen sind deswegen prinzip teamstacks ist so ein spannendes thema den bvb stack stellst du dann komplett rein auf oder mischst du da immer wieder auch also ich stelle den bvb stack in champion europe eigentlich immer auf bis jetzt hat bis jetzt super funktioniert wie wir wissen dann in bundesliga pro dann halt mehr die mischung vielleicht noch mit bayern rein oder mit leverkusen rein je nachdem wenn ich auch in der u23 aufstellt das ist immer das main team das stelle ich als erstes auf mit den besten matchups oder mit meinem gefühl sage ich mal wo ich das glaube da könnte was gehen und dann den rest eben champion europe oder bundesliga pro teile ich so ein bisschen auf und allgemein wie denkst du über teamstacks machst du das jetzt halt nur wegen bvb oder denkst du so irgendwann manchmal hätte ich da besser mehr gesplittet oder nicht diesen fan blick drauf gehabt und zum beispiel malen vielleicht nicht aufgestellt den er in u23 reingesteckt oder so sachen bei teamstacks die ein feiern es und setzen zu 100 prozent drauf und die anderen sagen nur die besten spielen bei mir oder so ich hatte auch schon anderes text zum beispiel columbus crew aus der mls ist schon lange her war ganz wild ich habe da rumgerechnet warum ich den stack kaufen sollte und nicht einen anderen ich hätte fast lafc gekauft habe mich dann für die columbus green schieben wieder mal super händchen gehabt an der stelle ja hat überhaupt nicht funktioniert also ich glaube teamstacks kommt ganz stark darauf an wie die dann wirklich performen in einer der saison wird wahrscheinlich jedes team mal 3 0 gewinnen mit also wenn es jetzt nicht wirklich der letzte in der tabelle ist wir sehen es gerade bei stuttgart die absolut abreißen wobei ich auch nicht gedacht hätte dass das so kommt und jeder der den stack hat freut sich bei dortmund läuft es genau andersrum und in einem monat kann es auch wieder andersrum sein also ich glaube dass man da meistens besser fällt wenn man einzelne spiele aufstellt einfach weil man dann wirklich darauf eingehen kann wer hat ein gutes matchup und wer nicht bei einem stack kann es halt auch sein dass die drei zu zwei gewinnen und der torhüter dann 40 punkte hat und das ist daneben auch schlecht also kommt glaube ich immer ganz darauf an bei einem barcelona stack die letzte so oft zu null gespielt haben habe ich da irgendwie ein besseres gefühl ja schwierig mich hat mich haben es einige darauf hingewiesen weil ich barcelona stack immer gezeigt habe ich meine lineups gezeigt habe und warum ich die nicht splitten weil die so einen starken defensiver haben immer zu null spielen und ein lewandowski vorne ab und zu mal trifft da und wenn er nicht drüber hat irgendwie 40 punkte du hast ja auch nur ein stürmer bei barcelona im prinzip den du aufstellen kannst lewandowski alles andere sind ja mittelfeldspieler karten dementsprechend hat mir auch zu denken geben aber ich habe es einfach just for fun gespielt bei champion europe unter 350 punkten brauchst du da nicht ankommen und dann habe ich gesagt ja bevor ich da irgendwie experimentieren mit dem kopf zermattere dann stelle ich just for fun rein und gucke mir das spiel live an und freue mich wenn es mal ein reward gibt wenn die mal wirklich abreißen ansonsten ja ist es so genau so challenger europe jetzt ist jetzt auch sehr 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 schwierig da was zu reißen generell wird ja immer schwieriger generell du hast du hast ja einen richtigen plan ich habe da mal so ein video gesehen hast du richtig ja mit pfeilen hier und da sind vier karten die hier nur ergänzung spieler der als ersatz und das ist so dieses premium line up machst du dir da echt so viel gedanken immer wieder so ein bisschen fein justieren und so also ich habe mir dieses tool runtergeladen das empfohlen ich habe es mir angeguckt deinstalliert und wieder mein stift und papier genommen und wieder oldschool notizen gemacht ja ist das so dein ding planen und sich dann plan schmieden dann für die ganzen game weeks ja also das ist voll mein ding ich habe auch in meinem urlaub den ich jetzt vor ein zwei wochen hatte alles noch mal übernaufen geworfen und habe jetzt deswegen eben neue spieler gekauft einfach aussortiert wie mit wem plan ich mit wem nicht was will ich machen ich teilweise im zug oder so kann ich dann verschieben wen will ich wo aufstellen natürlich ist es immer schwer zu sagen ob man dann das genauso aufstellt wie man es plant also ich bin da immer recht flexibel und sagt okay wie gesagt besten spieler in u23 und dann je nachdem ab stufend weiter aber ich mache mir mehr die gedanken damit ich weiß wie viele spieler habe ich die euch die ich auch einsetzen würde oder die was können zum beispiel für cap 240 okay da kann ich so ein bisschen die reste nehmen die vom stürzschnitt passen aber für die top teams da will ich natürlich oder muss ich mittlerweile auch schauen dass ich ja gute spiele aufstelle was natürlich schwierig ist weil auch großer minuspunkt von der strategie gleich mal es verletzen sich unheimlich viele spieler bei mir unheimlich viele und das ist gleich durch bei vielen die du hast jetzt auch schon fast 100 karten und dann sind das auch alles spieler die viel spielen da steigt ja die verletzungsgefahr gerade so schnelle dynamische spieler adeem ist sicherlich so ein kandidat petri petri tut natürlich weh hatte ich auch auf der liste gehabt überlegt soll ich mir den holen ja dann ich bin wie soll ich sagen ich kaufe ja lieber verletzte spieler oder spieler die so ein bisschen außer im tiefsinn rafinha habe ich mir zum platz geholt weil er so ein bisschen jetzt eben zwei spiele ausgesetzt hat direkt im dritten spiel auf der bank mit potenzial nach mehr weil jamal ist auch ein riesen talent ich schätze mal den hast du auch schon auf der watchlist jamal habe ich schon hast du von barcelona ich dachte jetzt muss jala sorry nee 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 von barcelona ja klar ja ja oder jamal oder wie man ihn auch richtig ausspricht der 16 jährige ja der wird auch nicht jedes spiel von anfang an spielen da hatte ich glaube ich lewandowski jetzt in einem interview gesagt geiles talent aber mit 16 den darfst du nicht verheizen ja noch der ist ja eigentlich noch ein kind ne dementsprechend da ist rafinha sommerbühlen kandidat für mich der alle die halt unterbewertet sind ja du gehst mehr auf diese auf diese spieler sage ich mal auf dieses vielleicht auch handeln bisschen traden und das ist das finde ich aber auch spannend weil du eben dann bei diesen transfers dich immer sehr gut auskennst wer wann wo wie hin wechselt ja mir ist halt wichtig dass ich nicht zu teuer kaufe ich habe barcelona stack viel zu teuer gekauft ein lewandowski bei 130 euro alt wo er glaube ich zehn tore in folge oder sowas gemacht hat gefühlt ja das war ein fan einkauf zum beispiel habe ich jetzt so wie bei dir mit bvb ich bin okay mit dem damit im reinen aber es ist nicht meine strategie gewesen das ist so dass das ding ich kaufe grundsätzlich schon spieler die grad irgendwo ja nicht irgendwie wie gefragt sind und wechseln oder gerade auf der bank sitzen gulaschi zum beispiel sind kandidatin hast du für 20 euro 15 euro einkaufen können die wahrscheinlichkeit halt hoch dass er schon irgendwo wieder spielen wird bei leipzig national team et cetera aber bleiben wir bei den fragen bei dir es geht um dich heute und zwar was war so dein größter gewinn so ein bisher bei suria der kam vor zwei wochen drei wochen das war platz zwei in einer mit week in der u23 ja florian wird als reward natürlich gibt es auch ein video darüber falls es irgendwer anschauen will aber florian wird als reward und dann noch natürlich das die dollar oder euro oder so immer war mit abstand das beste überhaupt und sonst einer platz 10 einmal platz zwölf alles in der mit week bis jetzt vor dem pong mal rauskommt das ist das sind so die highlights eigentlich ja also florian wird es da wirst du viel viel spaß haben jetzt wo er wieder fit ist kreuzbinder ist gott bewahr dass der junge da nicht irgendwie so ein pech hat wie manch andere talente da direkt schnell ihre karriere in den sand setzen also das wird ja hast du schon gesehen mit leverkusen auch im aufwind also das ist sicher ein geiler reward was war der wert zu dem zeitpunkt auch wahrscheinlich 2300 180 glaube ich war ich war ich bin jetzt echt unsicher weil der auch gestiegen ist seitdem aber ich glaube insgesamt war die ausbeute von platz zwei so 330 euro ungefähr 330 350 und das ist halt schon krass also und emotional der gewinn wo du sagtest wo du dich am meisten gefreut hast oder war es das auch florian wie jetzt war es auch ja beziehungsweise einmal hatte ich in einer midweek das war vor der wm habe ich mit drei spielern den reward geholt auf also ganz wild eigentlich und da habe ich mich auch gefreut weil ich mir dachte das ist so unwahrscheinlich da was zu holen dann habe ich wirklich ein reward geholt und das war cool auch wenn es nicht hier vier oder so war aber ist egal dann mit mit weg sind immer ich mag mit weg auch jetzt wieder die mit weg freue ich mich aber ich plane auch weit im voraus schon gerade speziell auf diese mit weg weil die die einzigen game weeks sind wo man so ein bisschen eine chance hat am wochenende geht es einfach wirklich wenn du da nicht fünf grüne mega wert hast hast du mal und dann echt keine chance dann kriegst du eine tier vier tier fünf karte da geht es um nichts mehr dann am ende kommen ganz schwierig ja kommen sowieso das das ist ja lotto also mit was hatte ich jetzt 480 punkte oder so was finde ich 460 punkte acht platz 800 ne ja dann was haben wir sonst noch welche karte wolltest du kaufen und hast es nicht getan bereust es nun gibt es da irgendwas was du so einfach oder mehrere karten sagst war schon auf dem kauf button oder so und dann nicht und dann denkst du wie geht der jetzt ab einmal rasmus heulund den hatte ich bei graz auf dem zettel ich dachte ja okay guter spieler gute punkte wechselt nach italien da entwickelt sich da dachte ich aber der spielt in italien nicht den hole ich mir jetzt nicht ja okay vielleicht hätte ich doch holen sollen damals um 30 euro oder was das war und der zweite ist cucio hernandez kennst du den aus der mls ist von der columbus crew den hatte ich auch mal auf dem zettel gehabt ja der war ja ganz lange u23 und ich wollte mir den immer holen weil die punkte wie der auch generell score hat und so wahnsinn und ich habe mir den nie geholt weil er mir zu teuer war oder einfach er hat nicht gepasst jetzt ist er nicht mehr u23 jetzt bringt er mir nicht mehr so viel ja außer für champion america oder so aber da bin ich auch gut aufgestellt so weiß jetzt nicht mehr ob ich die überhaupt noch holen würde sonst habe jetzt wenig wo ich sagt die hätte ich vielleicht holen sollen damals bei welchen karten bist du froh dass du doch nicht geholt hast bei mir zum beispiel war es talis magno von f new york city ich habe den so gefeiert talis magno dachte ich hoffentlich fällt irgendwann mal der preis und jetzt new york city allgemein am sand und irgendwie spielt er nie dann spielt er wieder nichts besonderes denke mal vielleicht doch dass ich mich geholt habe oder schlechtes team ja genau den hatte ich auch auf dem zettel und habe immer überlegt hole ich mir den vielleicht ja nein dann hat er nicht mehr gespielt nicht mehr gut gepunktet dann war ich auch froh hat zum glück nicht geholt und ich glaube da gibt es so ein zwei kandidaten die mir jetzt vielleicht auch nicht einfallen wo ich dann sage zum glück nicht geholt oder dann zum beispiel matthäus taferner der dann fast in die dritte liga oder so gewechselt wäre wo ich dann auch dachte zum glück habe ich den verkauft mittlerweile ist er wieder in österreich aber da gibt es so einige kandidaten wo man sich denkt heilige na hoffentlich wird das noch am meisten tut es dann weh wenn du das in rare kaufst und dann kommt irgendwie so eine geschichte gott bewahre super rare oder so wenn du da mal einsteigst dann hast du irgendwie so einen verkauf ja welche pläne hast du jetzt noch in zukunft für so real also u23 wirst du wahrscheinlich bleiben hast du noch irgendwas anderes wo du sagst das reizt mich und vielleicht eine andere liga oder irgendwelche bestimmte karten wo du sagst ja also natürlich mehr in rare reingehen ich bin ja sehr sehr viel in limited auch weil es mir am meisten spaß macht einfach die spiele zu gucken und dann habe ich halt die spieler die ich auch einfach mag und das ist cool die könnte ich mir in rare niemals leisten also bellingham in rare wird spannend sonst will ich eigentlich immer weiter ausmisten und einfach ein bisschen verbessern immer schauen wen könnte ich holen wer ist nicht so mit dem ich nicht so plane wen kann ich verkaufen einkaufen er upgraden und eben mehr teams aufstellen das ist das hauptziel spaß haben ist immer wichtig also limited in rare aufstocken oder irgendwo mehr fokus oder beides gleich limited jetzt weniger also mit den einkäufen die ich jetzt gerade noch mache oder gemacht habe die letzten tage will ich eigentlich jetzt erstmal in limited abschließen rewards gewinnen und dann dadurch das weiter ausbauen und sonst eigentlich mehr in rare reingehen einfach auch europa team für cap 2 40 habe ja aus peru ein team einfach da noch mehr rein und ja das muss dann auch nicht u23 sein in rare weil da ist es einfach nicht leistbar teilweise aber wenn es geht natürlich dann schon apropos peru eben du bist ziemlich stark in rare auf peru karten gegangen wie kommt das ein miguel vagas als treuer hüter und dann noch diverse andere karten vom klub der heißt club chien chano ich weiß nicht ob das richtig klingt klingt so ein bisschen nach einem italienischen restaurant aber war ehrlich gesagt ich habe mich mit einem youtube kollegen viel ausgetauscht der aktuell nicht so aktiv ist ich weiß nicht ob ich nennen darf so rare ist das heißt auf jeden fall auf jeden fall denke ich mal rausgeschnitten oh nein der kennt sich halt in peru sehr gut aus dem habe ich schon länger geschrieben einfach durch youtube auch oder einfach so und dann hat der gesagt du was machst du in rare was hast du vor ich habe gesagt ja du eigentlich keine ahnung also null plan dann hat er mir den torwart gezeigt eben miguel vagas der weniger gekostet hat als alle anderen reator hüter gutes alter hat man dachte ja eigentlich hat er recht warum nicht einfach in peru mal rein gehen probieren und hat eigentlich auch ganz gut funktioniert außer dass natürlich die liga jetzt fast endet und dadurch die preise runtergehen aber sonst mega also da bin ich sehr zufrieden eigentlich aber man kriegt halt schwer information das ist das einzige was ich so ein bisschen auszusetzen habe ja peru auf jeden fall eine spannende liga da bin ich auch so ein bisschen drin aber mehr bei dem anderen klub universitario da kommen wir eigentlich fast schon zur letzten frage was würdest du dir wünschen für die zukunft auf so real was ist sowas was dir fehlt noch ein bisschen auf so real was wäre cool was wäre eine verbesserung du sagst würdest du feiern allgemein wäre es cool wenn man zum beispiel auf so real fußball schauen könnte einfach dass ich nicht fünf abos brauche sondern alles auf so real ist ein bisschen sehr weit gegriffen wird auch ewig dauern schätze ich mal bis das so kommt aber wäre einfach cool sonst monatswettbewerbe für die u23 natürlich das wäre für mich mal so ein großer wunsch burn mechanismus dass man karten wieder loswerden kann wird auch irgendwann so kommen müssen nachdem wir sonst unendlich viele karten irgendwann haben sonst ist es immer schwierig so er kann viel selber entscheiden kann uns mit einbinden aber es passiert halt meistens nicht kommunikation aber das ist glaube ich bei jedem auch ein großer punkt einfach vorher schon sagen was habt ihr in drei monaten geplant dass man sich vorbereiten kann weil wenn dann eine woche später kommt okay jetzt kommt der fitness bonus auf einmal doch dann stehen alle da und denken sich was mache ich jetzt das ist halt für mich so sehr sehr großes thema einfach kommunikation und auf die user hören mit nicht nur aber öfter gut da sagen sie mir sie hören auf die user deswegen haben sie gleich den fitness bonus auf verschoben das mit den kommunikationen ja diese drei zeiler die sie dann herausbringen irgendwie ja auch das mit der cash wallet viele haben dann nicht gewusst sollen sie da jetzt einzahlen da fehlt irgendwie zwölfeln wie sagt man da diesen code nicht code wenn du deinen namen da irgendwo eingibst oder sowas na also ja die kennzeichnung zum beispiel nicht wussten ob die das dann zuordnen können und 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 aber ein bisschen unklar zum beispiel ne burning system das hat habe ich mal so einem interview gesehen von den drang so rare mitarbeiter dabei und die haben irgendwas erwähnt burning system war da auch so sehr zögerlich und klang so als wäre das in zwei drei vier fünf jahren sechs jahren sieben jahren war schade naja es kann auch sein dass sie das im nächsten nächsten sommer fährt sie haben sie haben sich halt da war das cash wallet das große thema das haben sie ständig großartig thematisiert und ansonsten was waren damals noch für ein thema ja halt wegen den kartenpreisen ist die halt im keller waren dann wurden die halt gelöchert mit fragen aber cash wallet was sie wollten und und ihre so rare coins da da die haben sie ja großartig breit getreten aber doch viel das wort burning system und da wollte ein bisschen nach und ob john ellis hat gleich das interview gemacht deswegen aber als wenn du sagst dings coins shop ich glaube da muss auch was kommen das ist auch so ein wunsch von mir einfach mehr was kann man im coin shop machen warten dass irgend ein trikot kommt dass ich eh nicht bekomme weil ich entweder nicht schnell genug bin oder einfach gerade schlafe oder was auch immer ja oder gerade gestolpert bin und die zwei sekunden nicht mehr zum pc geschafft habe das finde ich so ein bisschen schade einfach vielleicht irgendwas einbauen was man immer kaufen kann so eine mütze um 20.000 von mir aus oder keine ahnung oder 10.000 noch besser einfach da ein bisschen mehr wir können jetzt boost kaufen und das war es eigentlich wenn wir uns ehrlich sind das finde ich ein bisschen schade ja hoffen wir dass da ein bisschen mehr kommt und ja sehr toll sehr spannend die strategie gerne in die kommentare reinschreiben was ihr darüber denkt u23 also ich finde spannend ich bin da auch ein bisschen ins umdenken gekommen gerade longterm auf bestimmte karten zu gehen wenn die gerade verletzt sind so in wirts oder so in die richtung deswegen da gerne reinschreiben also hat mich sehr gefreut snappy tiger gerne den kanal reingucken abonnieren ganz ganz tolle videos für mich wie so ein radio moderater sehr angenehme stimme sehr gut durchdacht was er da erzählt immer wieder da unbedingt reinschauen wer es noch nicht getan hat und ja abschließende worte von dir noch also danke danke für das feedback freut mich mega wirklich danke danke ja ich schaue immer dass ich ein bisschen unterhaltung drin habe aber auch einfach meinen werdegang beschreibe also einfach mir dabei zu sehen was ich mache wie ich fehler mache was man daraus lernen kann und so weiter mir hat es auch sehr sehr viel spaß gemacht vielen lieben dank freut mich dass wir das zusammen auf die beine stellen konnten hier das interview zu machen und bin schon gespannt wie es dann bei den zuschauen ankommt dann danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal ciao